Ich bin Maria Wallensdorf-Schönberg, eine schwedische Malerin und lebe sehr gerne seit 20 Jahren hier in München. Mein Atelier befindet sich in den Domagateliers schon seit 15 Jahren. Ich arbeite hauptsächlich mit Ölmalerei, aber auch mit Aquarell- und Aquatinta-Radierung. Es geht um Farbklang, wie Musik es füllt den Raum. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich diesen Klang erreiche durch verschiedene Farbkontraste, natürlich auch durch den Farbauftrag. Ich arbeite gerne mit Palettenmesser. Das hatte ich eigentlich schon seit Ende der 90er angefangen und habe dadurch eine gewisse Technik gearbeitet, indem ich Pastors in der nasse Farbe hineinarbeiten kann. Und so schwingen die untere Farbschichten gut mit nach vorne und ich kann das gut steuern. Kontrast und Balance ist für mich immer ein wichtiges Thema. Es bleiben von den unteren Farbschichten an den Ränden gerne etwas Farbe stehen. Die Ränder wurden zum Teil mehr und mehr ausgeprägt. Auch in den Aquarellen sind die Ränder ja auch relativ wichtig und da sieht man auch den Arbeitsprozess. Zeitlang habe ich viel mehr gerade Formen. Dann habe ich versucht, diese Farbflächen mehr zueinander zu stellen und daraus entwickelten sich die Formen mehr ins Rundliche. Diese runde Formen haben mehr und mehr aufeinander getroffen. Da entwickelte sich noch stärker dieses Thema Kanten. So ist es bei mir eigentlich ein Wechselspiel. Wie stelle ich diese Form her als Verhältnis zu dem anderen und dann entwickelt sich das. Es kann auch sein, dass ich wieder zurückgehe zu etwas, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe und nehme etwas mit auf den Weg und dann wird das neu kombiniert. Manchmal mache ich Skizzen auf so kleine Pappen, auch so als Ölskizzen. Mich ist es wichtig, dass ich mich nicht zu streng daran halte, weil das dann nicht mehr funktioniert. Da ich ja sehr gerne große Formate male, ist es dann häufig doch so, dass es ganz anders wird. Da ich weiß, dass ich mich nicht zu streng daran halte, weil ich mich nicht zu schnell langsam verwendet habe. Na, ich weiß nicht, weil ich mich nicht zu streng daran halte, weil ich nicht zu streng daranicanthalten. In der Zeitung, Dienste, ich meget gerne gostetisch, Ich habe eine neue Hände. Ich habe mich über die Hände und ich mich noch nicht zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020